Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 19 mit der Karriere beim 1. FC Magdeburg. So, hier kommt jetzt die Defi-Pokal-Auslosung der ersten Hauptrunde für die neue Saison. Dann gucken wir mal. Würzburg spielt gegen Fortuna Düsseldorf. Dann gucken wir mal weiter. Dann sind wir wieder gekommen. Rot-Weiß Essen spielt zu Hause gegen Bayern München. Ui, meine Fresse. Dann sind sie im Knaller los. Gräuter-Fürth spielt zu Hause gegen Bremen. Preußen-Münster, dritte Liga, spielt gegen F.C. Ingolstadt 04. Sportfreundin Lotte, muss gegen München-Gladbach ran. Zwickau, FSV Zwickau gegen Bielefeld. Sonnenhof Groß-Aspach spielt gegen den 1. FC Köln. Hallescher FC gegen Hertha BSC. FC Erzgebirge Aue spielt gegen Eintracht Frankfurt. Energie Cottbus spielt gegen Schalke 04. Vorvoll Osnabrück gegen Holstein Kiel. Wien Wiesbaden muss gegen Bayer Leverkusen. Fortuna Köln spielt gegen Borussia Dortmund. 1. FC Kaiserslautern spielt gegen 1899 Schoffenheim. Rot-Weiß Erfurt spielt gegen Darmstadt 98 Schoffenheim. TSV 1860 Rosenheim spielt gegen F.C. Augsburg. VfW Ahlen muss gegen SV Sandhausen spielen. Trochtersson Assel spielt gegen VfW Wolfsburg. SV Meppen muss gegen VfW Bochum spielen. SV Meppen muss gegen VfW Bochum spielen. Hansa Rostock gegen Karlsruher SC. Hansa Rostock gegen Karlsruher SC. SC Paderborn gegen Duisburg. 1. FC Heidenheim gegen R.B. Leipzig gegen R.B. Leipzig. VfW Lübeck gegen FSV Mainz 05. Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96. KFC Oerdingen gegen Union Berlin. VfW Lübeck gegen Union Berlin. SFC Nürnberg. Spielvereinigung Neu Isenburg gegen St. Pauli. VfW Oldenburg gegen Hamburger SV. Jan Regensburg spielt gegen Freiburg. Gut, da haben wir keinen starken Gegner. Jedelow gegen Dynamo Dresden. Da müssen wir gegen 1860 München spielen. Und zwar auswärts in München. Okay, auswärts bei 1860 München im DFB-Pokal. Da bin ich mal gespannt. Na gut. So, die DFB-Pokal-Auslösung ist gelaufen. Ich habe euch das Gelade ersparen. Jetzt haben wir unseren neuen Kader. Was sagen die Finanzen? Minus 500.000 Gehälter. Gut, da muss man noch aufräumen. 13 Millionen an Transfer. 5 Millionen an Baukosten. 1,6 Millionen an Sonstiges. Und Bargeld 58 Millionen. Alter Vater ey. Nicht schlecht. Na gut. Die Saison wird wohl in grünen Gewässern führen. Gucken wir mal. So, das ist ein Saisonziel, ist klar. Aufstieg wohl, mein Vorstand. Ich bin gespannt. Okay. Jetzt haben wir erstmal ein paar Spielervorstellungen. Aber vorher werden wir die Saison planen. Das kommt immer an erster Stelle. So, hier geht es erstmal ins Trainingslager. Ah, nee. Warte mal. Hahaha. Nein, 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 nein. Hinein, nein, hinein. So, hier geht es ins Trainingslager. Trainingslager. Wo geht es denn heute mal hin? Gucken wir mal, was am anderen fein ist. Nach Trabson. Der hat Fitness 5 Sterne. Der hat auch Fitness 5 Sterne. Der hat auch Fitness 5 Sterne. Schalkida. Nein. Der hat auch Fitness 5 Sterne. Tessaloniki. Die. Alle anderen sind nicht so. Voll. Ach, wir gehen einfach wieder nach Belek. Nach Belek. Zack. 14 Tage. Paris Athenow wiedersehen. So. Hier gibt es dann ein Turnier. Ein Turnierchen. Ein Turnierchen. Los. Nach Nassalter. Jetzt hätten wir das Turnier. So, dann gucken wir mal. Was haben wir? Bundesliga, Bundesliga, Bundesliga. Hm. Dann nehmen wir noch einfach mal. Rot-Weiß Essen. Na komm. Na komm her, Pellemann. So, Regionalliga. Die 3. Liga haben wir ja nicht. Dann nehmen wir. Dresden aus der 2. Liga. Und Nürnberg aus der 1. Liga. Ja. Perfetto. Muss das sein. Komm her. So. Jetzt kommt hier Sponsor. 261. 261. 236. 236. Wir fahren mit beiden. So. Zweimal. 267.000. Wir fahren mit beiden. 267.000. noch mehr. Zack. Okay. So. Dann können wir hier nämlich. Tag der Jugend machen. Sponsorentag. So. Hier machen wir ein Freundschaftsspiel. Ein Freundschaftsspiel. Warte mal. Machen wir erstmal. Ja doch. Machen wir hier ein Freundschaftsspiel. Am Mittwoch. Fangen wir erstmal an Mittwoch an. Ne. Da haben wir ja schon eins. Ne. Ah. Wo ist denn meine Maus schon wieder. Das hasse ich. Wie die Peste. Hab ich schon gesagt. Ich glaube ja. Mannschaft. 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 Hier können wir hier irgendwie ein Freundschaftsspiel machen. Ist das eine Doppelation? Das ist nicht so eine Scheiß. Machen wir mal einen Laktatest. So. Die müssen laufen. Die Kameraden. Ah. Weil ich gegen Auge und Spiele habe. Deswegen geht das nicht. Okay. 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 Dann gibts auch keinen Laktatest hier. Dann gibts hier die. Absahmen. Die Saisoneröffnung. So. Dann passt das Ganze. Sehr. Gut. Sehr. Sehr. Gut. Sehr. Sehr. Hier ist DFB-Pokal. Hier können wir eine Charity-Gala machen. So. Weiter. Gibt es eine Autogrammstunde. Eine Autogrammstunde. Eine Autogrammstunde. So. Und im Oktober. Kommt dann die, ähm. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Für das Fanclub-Treffen. So. Im November. Gibt es dann eine Spiele-Aussprache. Teamgeist. Spiele-Aussprache. Jawoll. Da können wir ihre Ängste, Sorgen und Nöte erzählen. Strafhöre ist eine andere Sache. So. Dann haben wir hier am 23. Nach dem DFB-Pokal die Weihnachtsfeier. Zack. Da gibt es gar nichts. Dann gibt es hier noch die DfB-Pokal. Das Trainingslager. Und zwar in London. Da geht es auf die individuelle Spieler. Individuelle Fähigkeiten werden da. Bis zum Vergasen trainiert. So. Dann haben wir hier noch zwei freie Termine. Hier kommt unser Trainingslager zurück. Dann machen wir erstmal ein halbes Turnier. Ein halbes Turnier. Dann mache ich erstmal Ocio. Und jetzt hier erstmal zum Essen. Wir haben auch Pause gemacht mit dem Spiel. Wir werden trainiert. Da kommt nichts. Da kommt auch nichts. Und auch nichts. Mai. So. Jetzt sind wir wieder im Mai. Das sind die Spiel-Pokalfinale. Gucken ob wir da hin kommen. Saisonabschluss Feier. Wohl. So. Hier kommt. Ähm. Spielerauszeichnungen. Für wichtig. Am 29. Kommt die Spielerfeier. Inweist. Spielerfeier. Können die mal richtig sauer rauslassen. Die Kameraden. So. Und hier geht es dann in den Urlaub. Urlaub. Sehr gut. So. Jetzt können wir uns. Darum kümmern. Genau. So. Spielervorstellung. Oh. Toro. 72 Defensives Mittelfeld. Sehr guter Transfer. Achso. Ne. 4,5 Millionen von Tüsseldorf angeboten. Hm. 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 Jetzt kommen wir hier die Spielervorstellung. So. Linksaußen 72. Kevin Meyer. Sehr guter Zugang. So. Vertrag verlängern. Option ziehen. Natürlich. So. Zack. Pressekonferenz. Was bist du jetzt? Achso. Du bist immer noch der. Ach man. Lass ich den jetzt nehmen oder nicht? Ich muss so gucken. Was hab ich denn hier für Defensiven Mittelfeldspieler. Na. Pro Vett. Ja. Der geht in die Reserve. Dann glaube ich den jetzt. Muss ich gleich noch umändern mit der ähm. Ab in die Reserve. Ab in die Reserve. Ab in die Reserve. So. Den hätten wir schon mal. So. Dann kann man jetzt hier. Offensives Mittelfeld. Adil. Dann müssen wir gleich mal gucken. Erstmal Vertrag verlängern. Bleibt erst mal sieben Jahre. Auf die Website. Jetzt bist du ein zentraler Mittelfeldspieler. Der wird direkt wieder vertickert. Erstmal Vertrag verlängern. Oder setzt ich den in die Zeit ein? Ne. Der wird jetzt mal verliehen. So. Transferliste. Auf die Leihliste. Und. Tiskis. So. Der wird aber auch als. Auf die Website vorgestellt. So. Minalla. Ist auch ein zentraler Mittelfeld. Maria. Minalla. Wird vertickert. Erstmal Auktion ziehen. Oh. Ey. Junge. So. Auf die Leihliste setzen. Auf die Leihliste setzen. So. Auf die Leihliste setzen. Innenverteidiger. Da haben wir zwar einen. Aber der ist. Ja. Müssen wir uns nochmal mit beschäftigen. Erstmal Vertrag verlängern. Das muss gleich mal unseren Kader angucken. Website. Noch ein Innenverteidiger. Sehr gut. Vertrag verlängern. Ey. Ich habe gesagt. Verlängern. Wo ich tue. Äh. Ich schwör. So. Webseite. Wieder ein zentraler Mittelfeld. Benets. Ja. Den brauch ich auch nicht. Vertrag verlängern. Wer sind halt die ablösefreie Spieler. Ja. Wird erstmal verliehen. Auf die Leihliste. Und Schussi. Auf die Leihliste. Wird erstmal auf der Webseite vorgestellt. Dann nochmal ein Stürmer. Dann nochmal ein Stürmer. Denny. Müssen wir mal gucken. Erstmal einen Vertrag verlängern halt. However. Wie immer. Und auf der Webseite vorstellen. Zack. Noch ein zentraler Mittelfeldspieler. Hey. Hey. Der Witzker. Ich bin da was anderes gedacht. Das geht gar nicht. So. Option ziehen. Dann wird der auch verliehen. Ja. 120.000. Ist der 1,2 Millionen wert. Genau. Immerhin. Website. Jetzt haben wir einen Rechtsaußen. Okay. Da müssen wir mal gucken. Erstmal den Vertrag verlängern. Aktion ziehen. Zack. Website. So. Das waren sie alle. So. Dann gucken wir mal. Zack. Wollen wir mal gucken. Was wir denn machen. Ähm. Erstmal. Die die wir auf die Transferliste setzen. Die bieten wir jetzt erstmal an. Die gehen jetzt erstmal alle runter in die zweite Mannschaft. So. So. Das ist der. In die Reserve schicken. In die Reserve schicken. Put 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 put. Oh. Ich sehe es wieder nicht. Und Minala. Kann auch in die Reserve. Minala Reserve. It's the Reserve. So. Jetzt können wir mal kurz die Übenspieler wieder weg machen. Das ist einmal Ehe hier. Oh. In Olympia. Der ist nur 400.000 wert. Oder oder? Den können wir uns auf keinen Fall leisten. So. Den rechten Mittelfeldspieler. Celek. Den holen wir. Der ist erst 17. Ehe. Vertragsangebot. Hat kein Interesse mit ihm zu reden. Der Pechiot. Dann soll er mal Driesion. Ganz einfache Sache. So. Jetzt. Müssen wir die Nummer nehmen. Und dann anbieten. Hallo. Hallo. Jungen. So. Immerhin. Anbieten. Anbieten. Union Berlin haben. Kann er haben. Anbieten. Anbieten. Schauen wir mal. Jut. Dann hätten wir das schonmal. Jetzt gucken wir uns unseren Kader an. Erste Mannschaft. Erstmal runter weg. So. Torwart. Torwart. Torwart ist klar. Linksverteidiger ist auch klar. Linksverteidiger ist auch klar. Linksverteidiger ist auch klar. Hier bleiben beide. Anbieten. Dann haben wir hier eins. Anbieten. Genau. Ah. Johnson haben wir ja schon. Okay. Johnson soll offensives Mittelfeld spielen. Oder defensives. Defensives holen wir jetzt. Okay. Okay. Dann verkaufen wir den. E-Chan. E-Chan verkaufen wir. Und der A-Deal bleibt. Hahaha. Okay. Hm. Tick. 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 Dann kaufen wir den Düsseldorfer doch nicht. Das reicht. Der A-Deal wird in die Reserve gesetzt. Ach. Weg damit. Und Herrera wird defensives Mittelfeld spielen. Lernen. Üben. Hier auch mal. So. Was machen wir jetzt mal was machen. So. Dann kommt erstmal. Defensives Mittelfeld. Kann das überhaupt? Hm. 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 Oh ja. Ich kann das schon. Okay. Dann machen wir Robustheit. Mann, Leck und Grätsche. Zweikampf. Kann er alles. Grätsche. Zweikampf. Robustheit. Ist er auch. Mann mit 16 Jahren schon. Ah ne ist Herrera. Hahahaha. Moment. Dann müssen wir mal gucken. Da haben wir ja einiges hier übersehen. Erstmal den hier. Hallo. Hallo. Da ist er. Dann den hier. Und schon haben wir es wieder voll. Nehmen. Herrera wollten wir nicht. Johnson sollte. Trainingsziel. Genau. Das kommt alles weg. Denn er ist weg. Und so. Ja. Der offensivist hat eine 59. Ach du scheinbar. Ja. Müssen wir auf jeden Fall trainieren. Der offensivist mittelverhält. Könnte aber auch den von Düsseldorf nehmen. Und den in die Reserve stecken. Und dann immer spielen lassen. Ja. Machen wir das so. Dann machen wir das so. So. Grätsche mit 54. Und zwei Kampfe mit 65. Und dann die Robustheit mit 62. Sehr gut. Also. 65. 60. So. Dann geht der in die Reserve. Auf jeden Fall. Dauerhaft. Und Schüsse. So. Ähm. Zweite Mannschaft. Dann wir da. Und Schüsse. Und Schüsse. Kovac. Der kann weggehen. Der wird vertickert. Auf Transferliste zum Verkauf. Naja. Für 42 Tauben. Weg damit. So. Dann müssen wir noch einen defensiven Luftspieler vertickern. Fechner. Der bleibt erstmal. Gino Fechner. Oh. Wir müssen jede Menge verticken. Hier. Sehe ich gerade. So. Gucken wir mal. Fangen wir oben bei den Keepern an. Wir haben drei Keeper. Einer muss weg. Wer muss denn weg? Der Vogel muss weg. Den kann man vertickern. Erstmal verleihen. So. Noch einen Keeper. Wir haben ja drei. Dann kommt der Scheidel weg. Weg damit. Weg damit. Weg damit. So. Linksverteidiger haben wir zwei. Das passt. Linksverteidiger. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Einer muss weg. Und ich weiß auch schon wer. Wir haben wieder. Wir haben wieder. Transfer Status ändern. Auf Transfer. Das ist der Anschuss. So. Rechtsverteidiger haben wir zwei. Defensive Milka-Spieler haben wir drei. Da können wir zwei Wege machen. Dann machen wir den weg. Und La Provette. La Privat. Ich la Provette. La Privat. So. Der geht weg. Und der Lapin. So. Verleihen. Da haben wir gerade den Vertraukoller. Fünnerweise. Egal. Das macht aber nicht. So. Und also der. Der hier wird mit Defensive Milka-Spieler. So. Hier gucken wir mal. Hier gucken wir mal. So. Capadas. Der Defensive Milka-Spieler hat. Und. Hier geht der Fisch nach. Wird der vertickert. Transfer Status ändern. Zum Verkauf. Das ist ja 380.000 wert. 400.000 passt. So. Minala ist auf der Transferliste. Ben ist auch. Burger. Burger, Burger, Burger. Bin ich mir nicht sicher. Transfer Status ändern. Verleihen. Cosli ist recht zugefällig. Dann zwei. Cosli kommt weg. Ne. Ne. Verliehen. Ne. Wird vertickert. Und tschüss. So. Cosli. Links. Mittelfeld haben wir gar nicht. Ah. Links außen. Drei Stück. So. Dann haben wir jetzt Offensive. Der kann weg. Paris Athen auf Video sehen. So. Etchan bleibt. noch einer. Dann geht der. Blüter doch. Sehe ich auch. Alt Stürmer. So. Warte mal. Warte mal. Mal gucken. Ein Stürmer. Ne. Dann bleibt der. Blüter. So. Cobalt geht weg. Der geht auch weg. Dann haben wir zwei. Dann haben wir zwei. Passt. Dann haben wir auch drei. Dann müssen wir mal gucken welcher weg geht. Dann geht der Quattro weg. Dann muss der reisen. Dann muss der reisen. Dann muss der reisen. Schuss. Dann gucken wir mal. Die Regeln. Das haben wir alles. Dann müssen wir jetzt immer hier. Einstellen wer wo spielt. Innenverteidiger. 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 Und mal gucken wie hießen der. alles herbe. Informende Jacla. にdlela wird nicht spielen. Jansson. Genau. Der spielt. Gar nicht. Der spielt den enteredel mit über den NFL. Und soll auch immer spielen. Jounson genau nicht. Quattro spielt gar nicht, Offensiv, Retschan spielt auch offensives Mittelfeld, so, Kovac spielt gar nicht, Jensen spielt auch offensives Mittelfeld, 3, wir haben Stoff hier, muss ich mal gucken, oder? Güter, ok, passt, so, wenn wir hier die Liste machen, so, Jensen, der bleibt, Retschan bleibt auch, Kovac wird vertickert, und der wird auch vertickert, gut, dann passt das, so, geht jetzt mal ins Trainingslager, in die Trainingslager, Jungs, und zwar nach England, nach Vision Eddie, damit es noch klar ist, Freunde der Sonne, so, Blickfeld, anbieten, anbieten, und keine haben, naja, klar, wird so lange angeboten, wie er eine habenwille, will ich auch eine haben, will ich auch eine haben, die übung wir unsere mannschaft machen und verkleinern den kader der zweiten mannschaft ist es schön dass sie alle haben wollen da sitzt ein torwart da oben da ist ein torwart da oben da ist ein torwart oder nicht doch da ist ein torwart kann nicht nach hause gehen darf hier ein liga spielen und der rost passt alles äh ne warte ich mach nicht, es kommen die richtige Handelschaft alle so dann müssen wir kosten so den will auch niemand haben sehr gut irgendwas da steht auch niemand haben mal gucken ja, muss auch niemand haben bis auf den torwart wollen sie alle weg das ist sehr gut so Celic hat ja abgelehnt naja dann ist das so kann man nichts machen so jetzt gucken wir unsere erste mannschaft an schauen wir mal torwart, torwart, linker verteidiger, linker verteidiger dann haben wir eins, zwei, drei, vier innen verteidiger zwei außen verteidiger rechts eventuell zwei defensive müssen wir gleich mal gucken zwei offensive, zwei, ne drei links außen oh da müssen wir einen weg geben batista meyer gebt in die reserve so rechts außen koko und der und dann haben wir nur drei stürmer müssen wir noch einen stürmer kaufen ok drei stürmer, müssen wir noch einen holen dann gucken wir mal was sagt ihnen die transferliste ran stürmer nach fülle ist es ja nicht, ne rechts außen hm ok dann müssen wir suchen spieler suchen dann suchen wir aber normal normali nicht ablösefrei normal normal allgemein dann suchen wir einen stürmer mit folgenden attributen sturmtank, straffungstürmer, geht steil, dribbler und fleißig nur realistische transferst beide ab 70 bis 23 Jahre sehr gut da haben wir noch einiges rot weiß essen ok traut und schalke 04 für 7 millionen das müssen fülle dann haben wir für nürnberg den isak alexander isak jetzt auch erst 21 für was kostet der 1,9 millionen ok gut dann kaufen wir erstmal den traut kaufangebot ja ja kriegen wir alles hin mein freund freund der sonne für eine millionen für eine millionen sollte ich ihn kriegen die sind eh klamm da freuen sich wenn sie mal eine millionen an abgegeben dann noch mal gucken Alexander isak den nürnberg ein bisschen teurer werden aber das machen wir 3,3 millionen 3,3 millionen dann verkaufen wir den hühler dann haben wir zwei junge spieler bekommen so dann machen wir das so erste mannschaft erste kleine hühler dann fülle man so spielstärke 68 9 20 schnark runter hier haben wir die jungen gesenkel die jungen gesenkel höhler die jungen gesenkel 1,3 millionen so zack glückfeld in die reserve mit dir 1,3 Millionen Perfekt, geht der gleich mal weg, so jetzt müssen wir nochmal hier hingehen, Finanzen, bei wir holen jetzt Spieler, müssen wir unser Gehaltsbudget ausgleichen, das heißt, wir werden hier was wegnehmen, nochmal 4 Millionen, nochmal 3,5 Millionen Plus zum Ausgeben, zack, so, das sollte erstmal reichen, wenn wir noch die Jugend einstellen, vergesse ich mich sonst wieder, da man hier feines, 62er linker Mittelfeldspieler, Lone Reicher, Vertragsverhandlungen, ab nächster Saison, für die zweite Mannschaft, so, 825 Stausen, haben wir 1,3, macht die Räume eng, na ist doch gut, die Räume eng macht, so, dann haben wir hier ein 63er Innenverteidiger, Vertrag anbieten, nächste Saison, komm her, nächste Saison, zweite Mannschaft, und der kriegt dann halt auch ein bisschen weniger, 775, nein, 800.000, so, 800.000, anbieten, zack, 69er, alter Vater, ey, der könnte schon erste Mannschaft spielen, den nehmen wir für die erste, Vertragsverhandlungen, aber ab zur aktuelle Saison, genau, erste Mannschaft, perfekt, 3 Jahre, und dann, für eine Million, dann verkaufen wir einen von rechts außen, so, wer kommt in der ersten auf jeden Fall, so, dann haben wir hier noch ein 59er, rechtes Mittelfeld, ey, wir können eigentlich alle nehmen, ne, oder, ja, können wir eigentlich alle nehmen, gut, dann haben wir die zweite dann noch mal verstärkt, rechter Verteidiger, Vertragsangebot, ab nächster Saison, drei Jahre, zweite Mannschaft, perfekt, du komm her, Junge, Junge, so, das ist ein bisschen viel für den, so, Angebot am unterbreiten, so, zack, so, dann kommt er hier, 56, defensives Mittelfeld, joo, Notfalls kommen wir nicht für Ticken, nächste Saison, drei Jahre, zweite Mannschaft, und für 250.000, so, dann kommt der Valisa, ne, Malta, Malta ist das, rechtes Mittelfeld, Mike Sherwood, nächste Saison, drei Jahre, zweite Mannschaft, Mannschaft, und das ganze für, ne, 300.000, 350, so, Gibraltar, nicht Malta, Gibraltar, so, so, dann haben wir hier ein 61er Stürmer, den bauen wir auf jeden Fall zusammen, nix, so, zweite Mannschaft, drei Jahre, das ganze für, 300.000, genau, zack, die können wir alle nehmen, bis auf den 48er, oder, dann machen wir die alle, also immer drei Jahre, zweite Mannschaft, nächste Saison, hm, dauert es ein bisschen, ist halt, so, so, da kann man nichts machen, aber ihr wisst ja, wenn wir dort die Saisonverbreitung ja immer ein bisschen länger, so, zack, dann haben wir mal ein Torwart, dann der Linksverteidiger, da kann man nie wie eine Bahn haben, aber echt Mangel manchmal, so, zweite Mannschaft, ähm, das reicht, so, zack, auch angeboten, da kommt unser Innenverteidiger, Jagd, das reicht, so, zack, auch angeboten, da kommt unser Innenverteidiger, Jagd, das ist schon ein 4-Sterne-Talent, so, der 48er-Woltmann-Nisch, dann nehmen wir noch den Jensen, 2 Sturmer, haben wir dann, 4 Sturmer für nächste Saison, 1st. 4 Sturmer für nächste Saison, 2 Jahre, 2. Mannschaft, und, 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 und von 300. Ja. So, da wird die, irgendwie am RunAAAAAAAAP fertig, soll ich mal, so zack es passt dann alles nicht passt dann alles so jetzt guck mal die B-Jugend noch an da verpflichten wir ja keinen für die Nitsaison aber da müssen wir es mal ausmisten so was haben wir denn da Torwart Schiller kann nach Hause gehen und tschüss der Innenverteidiger bleibt der sowieso Innenverteidiger der bleibt auch der auch der auch linkes Mittelfeld der bleibt auch so jetzt müssen wir offensiven Mittelfeldspieler auswechseln haben wir zwei gute die bleiben auch beide da der bleibt auch da der kann nach Hause gehen und tschüss gut den macht man nach Hause gehen oh der ist 940 stark ne dann nehmen wir doch lieber die beiden Stürmer nach Hause der Traut auf Wiedersehen und Schlesinger auf Wiedersehen so dann haben wir jetzt hier einen linksaußen links-Mittelfeld ok der Böhm kann dann auch mal aufrufen und den Mittelfeldspieler und tschüss so rechtsaußen noch mal Ramberger und Hennecke und Christensen Christensen kann nach Hause gehen nach Hause schicken Hennecke kann auch nach Hause gehen und Ramberger kann auch nach Hause gehen und Ramberger kann auch nach Hause gehen so jetzt müssen wir mal gucken einer von den beiden Offensiven muss dann rechts link rechtes Mittelfeld spielen dann müssen wir mal gucken welcher wenn der Kuhn hat der kann ein linkes Mittelfeld spielen aber kein rechtes Mittelfeld der hat auch nur einen linken Fuß ne ja einen rechten Fuß dann spielt der rechtes Mittelfeld eindeutig gut Details haben wir mal aufgestellt ja der rechtes Mittelfeld muss immer spielen also das hätten wir jetzt jetzt kommen die Tränen zu die Tränen die Tränen die Tränen die Tränen die Tränen die Tränen hallo kas die Tränen die Tränen die Tränen nein So. So, da haben wir doch die Trainingsziele, rechtses Mittelfeldspielen. Hat er nur 86, aber egal, er lernt ja. So eine Flanken. Flanken soll er lernen. Und dann Schnelligkeit und Antritt. So, dann haben wir jetzt die Hauptattribute für Außenspieler. So, sehr gut mein Freund, mein Freund der Bau. Ok, super. So, Bittner soll ihr linkes Mittelfeld machen. Training. Linkes Mittelfeld. So, sag. Ich sag mal aufsteigen. Schreck spielt linkes Mittelfeld. Moment. Hä? Hä? Ich bitte im offensiven Mittelfeld. Ist das doch oder was? Moment, 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 Moment. Oh, Schreck geht uns offensiv mir gefällt. Immer mit einem Sturm. Immer mit einem Sturm. Immer mit einem Sturm. Immer mit einem Sturm. Immer Details. Ja. Jetzt hat er auch richtig aufgestellt. So. So sieht's doch gut aus. Ok, das wär's dann für heute gewesen. Wir machen dann morgen weiter mit der weiteren Vorbereitung. Ah ne, noch nicht, noch nicht. Hahaha. Moment, Moment. Hier haben wir noch was ganz extrem wichtiges vergessen. Nämlich Spielergespräche. Die haben erstmal im Training alles zu geben, die Jungs. Ich bin im Training alles. 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 So. Alles was zu geben. Alles. Wirklich alles. Wenn das gemacht haben ist das Video erstmal beendet heute. Also beende ich das Video. Dann kommen wir morgen mit den ganzen Transfers fortfahren. Da bin ich gespannt. Ich mach euch morgen so lange bis das erste, also bis das Turnier beginnt. Hallo. Alles geht gut. Immer alles geht gut. Du bist suspendiert. Herrera. Was ist die Spiele überhaupt? Wollen wir alles gespiegeln? So. Was hätten wir jetzt erstmal geschafft? Beine haben wir auch. Oh, da müssen wir uns dann mal umdrehen kümmern. Ok. Wer ist denn hier befeindet? Coco und Manuel. Manuel ist rechts aus und Coco ist auch rechts aus. Oh Mann, ey. Pille meiner, ey. Mann, 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 Mann. Wie kleine Babys. Ehrlich. Gut. Dann wünsche ich euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen bei der weiteren Vorbereitung bis zum ersten Turnier Spiel. Bis morgen dann. Ciao, ciao. Gegen Essen ist das. Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.